ja leute ist es rausgekommen bock und schild ne endlich ich war schon den ganzen tag darauf und witzigerweise braucht gerade smashbox ein update warum smashbox ich weiß nicht wenigstens kein day one patch für poker schild ich bin gespannt was mich erwartet wie ihr seht komplett blind für mich also es ist hier ich habe das gerade bekommen natürlich in der art version ich will es nicht downloaden ja ich bin gespannt was mich erwartet wir haben ja vor einem kleinen jahr let's go auch schon direkt zu release gespielt und heute schaffe ich tatsächlich direkt an dem tag wo es raus kommt zuletzt play ich werde wahrscheinlich den ersten part eine halbe stunde lang machen aber das ist alles was ich denn halt im spiel denn sagen werde mal gucken vielleicht brauchen wir jetzt sowieso noch ein update ja sieht gut aus wie startet hey startet aufnahme läuft alles das gut aus ja ich bin so eifrig am starten dass ich halt schon noch eine render renderung noch am laufen habe natürlich wollen wir es auf deutsch haben wir können direkt ein bild auswählen ich möchte eigentlich kein mädchen spielen ich will wieder einen kerl haben ich würde sagen wenn wir mal den weil ich gehe davon aus dass wir wieder die frisur ändern können das ging ja in den vorgängern auch mache ich das mal so ja ist du oder das ist alles vorher okay hätte ich jetzt nicht gedacht dass es vorher ist okay das ist umständlich das ist umständlich leute was ist das denn das ist die das ist die hä was denn jetzt ach so da er und er ich verstehe das ding nicht äh ähm symbole will ich nicht ich will hier deutsch haben da deutsch dankeschön hä okay das spiel fängt schon an mich zu verwirren und wir sind noch nicht mehr drin ich nehme mich mal ganz klassisch tristan ich wollte hatte das lange überlegt ob ich mich tiekern nenne na gut ich habe mich lange überlegt ich habe das gerade so spontan entschieden ähm nämlich mal ganz klassisch tristan weil ich mich immer an pokern tristan nennen wie weit geht das hier okay gut zwölf zeichen ich habe schon gedacht dass man die ganze leiste vollballern kann so okay starten wir das spiel ich bin tristan zwar nicht blond moment doch eigentlich bin ich gerade blond aber ich will wenn schon gucken dass ich die roten haare wir ab wir haben eine ultrastylische hose sehe ich gerade wir haben aufgestützte jeans ein trend die ich nicht ganz nachvollziehen kann aber wir haben wir starten mal die schweiler nicht mehr gerne werden ist okay die wahl der sprache ist abgeschlossen dein spiel vorschritt wird automatisch gespeichert das sind sieht aus wie die kognitos das da unten ist okay oh das ist eine eigene sprache sehr geehrte damen und herren willkommen in der welt der pokémon die gala region ist ein wunderbarer ort voller unberührter natur und bezaubernder schätze äh städte ein fantastisches fleckchen erde auf dem wir in einklang mit zahlreichen pokémon leben und genau um diese pokémon geht es hier aha oh ein neues wundersame lebewesen die aus unserem alltag gar nicht mehr wegzudenken sind ähm habe ich jetzt übersprungen pokémon leben überall um uns herum ich habe glaube ich einmal zu schnell gedrückt tut mir leid manche pokémon wetteifern miteinander indem sie die pokémon die sie trainieren äh manche trainer wetteifern miteinander indem sie pokémon trainieren indem sie pokémon die sie trainieren im kampf gegeneinander antreten lassen wir kennen sie alle als pokémon trainer ich weiß nicht genau was er gesagt hat ich habe irgendwas falsch oh ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt mein name ist rose ich darf ihnen nun den allerstärksten pokémon trainer von galah präsentieren es ist zeit für einen shock auf unseres champs der lion oh das ist cool präsentiert du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlagbare das hättest du wohl gerne ich verliere nie du hast deine max du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlaggeist du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlaggeist du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlaggeist du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlaggeist du hast du dich schon mal von deinem spitznamen der schlaggeist Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Das heißt, wir können unsere Rivalen wieder selten nicht selber übernennen. Hm, ich bin enttäuscht. Hey Tristan, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glowack-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ne, ich mach immer nur Gekki-Dama vor Fernsehern. Oh, was machst du denn hier, Hop? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Tristan abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauen bestimmt ein paar Mitbringsel ab. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Okay. Gut. Ähm, dann wollen wir doch mal aufstehen. Also wir sind Top-Modell, wir haben schon ein Smartphone. Oh. Krass. Hallo, ist mein Faxo. Na, was haben wir denn hier alles? Wir haben hier ein paar Bücher. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Ähm. Und Fernseh? Läuft da was? Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Und meine Reise muss weitergehen. Oder losgehen. Ist das... Ich glaube, das ist kein Evo-Lie. Ich dachte das. Ähm, wenn es euch stört, ähm, tut mir leid. Ich werde mich das Spiel sehr genau angucken. Also ich bin da tatsächlich immer sehr affin bei Pokémon dagegen. Irgendwann werde ich keinen Spaß mehr dran haben, die Bücherregale anzuquatschen. Aber mal gucken. Okay, da unten kommen wir raus. Haben wir kein eigentliches... Doch, haben wir. Da ist unser Zimmer. Wir haben keine Spielekonsole. Wo ist mein... Doch, da. Da ist die Switch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Ah, die Switch. Der ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zwar mit der Konsole gekauft. Okay. Okay, hier können wir aber nichts mehr weiter angucken. Oh, ein riesiges Shiny-Evo-Lie-Bild, glaube ich. Oder nee, es ist, glaube ich, einfach nur bunt. Ah, eine Pikachu-Puppe haben wir hier. Ein Laptop. Mit einem halben Apple-Logo. Und dann ist ein Riesenrad, wo man eventuell irgendwann hinkommen könnte. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Weil ich doch in Stratos gab es einen... Was ist das denn für ein riesiger Beutel? Du schnappst den alten Beutel deines Papas. Das ist kein Beutel. Das ist ein Koffer. Das ist aber ziemlich britisch. Also, muss man ja sagen. Abenteuerfiebel. Mit dem X-Knopf im Versus-Spielmenü speichern. Ja, Karte ist auch ziemlich praktisch. Äh, ja, cool. Also, wir können hier quasi... Ah, die sieht schön aus. Das ist richtig sauber. Karte. Kann man hier schon mal ein bisschen was sehen. Ja, das habe ich nämlich schon in der Spielverpackung gesehen. Die Region, die geht gar nicht nach... Die geht gar nicht, wie sie sonst halt immer geht. In diesem Insel-Form, die wir sonst immer haben. Die geht halt so nach oben. Und das ist ziemlich gut. Das hier... Du siehst hier halt so ein bisschen... Wo es weitergehen könnte. Ist es sowieso wieder ein Rotum-Dex. Also, so eine Art Rotum. Gut, ich möchte natürlich die Spiel-Tech-Tempo wieder komplett... Haben. Was kann ich hier noch ändern? Weder eine Transfer-Methode für ein neugefallener Pucke aus, wenn ein Team voll ist. Ah, ich mache das mal so. Ah, ich kann die Spitznamenfrage ausschalten. Ne, ich lasse dich mal an. Bewegungssteuerung. Kann ich mal erstmal lassen. Die vertikale Kamera ist auch voll... Ich kann die Kamera drehen. Das muss ich dann mal ausprobieren. Ah, das ist gut. Das ging ja noch nie in Pokémon. Oh Gott. Bin ich gar nicht gewohnt. Automatisches Speichern. Das ist nett. Äh, guck mal. Die Spitznamen an- und ausschalten. Ähm. Komfortsteuerung. Wieso? Ich glaube, die eigenhändige Steuerung. Na gut, ich benutze Pro-Controller. Bin ich auch ziemlich dankbar drum. Möchte ich auch weiter benutzen. Und die Videos, wir können es nicht überspringen. Nein, das lassen wir alles mal. Ja, möchte ich. Bitte, danke. Gut, was haben wir hier noch? Speichern ist klar. Für Longham. Okay, das ist tatsächlich relativ britisch. Stimmt das. Exquisite. Habe ich denn irgendwas? Ich habe sogar Tränke schon dabei. Und Basis-Item. Abenteuerfibel. Und ne Angel direkt. Alles klar. Gut. Na gut, ich habe die wahrscheinlich von meinem Papi. Oh, was war meine Mutti denn? Wie anders aussieht als normal. Gut, siehst du aus. Der Botte steht dir. Dann mal viel Spaß euch zwei. Und verspreche mir, dass ihr nicht in den Wald geht. Ja? Okay. Ähm. Also wir werden gleich versuchen in den Wald zu gehen. Ist sowieso sehr spannend, dass der Vater direkt angemeldet wird. Kann das sein, dass wir den hier irgendwann treffen? Was haben wir hier denn? Wahrscheinlich ist das das Zimmer von... Irgendwie das ist das eine Abstellkammer. Oder das Schlafzimmer von meinen Eltern. Vielleicht haben sie sogar mal eins. Oder ist das eine Toilette? Oh, müssen wir auf der Toilette schlafen. So. Ja, ich bin auf... Achso, das ist ja Ladebalken. Gut. Nett. Nett. Ah, es ist sowas von Pokémon. Ist auch wieder so ein austragsloser Charakter. Wie immer. Na gut, egal. Da ist Bi. Hey. Du bist also auch da. Ist ja die Sache, dass hier gar nicht alle Pokémon drin sind. Was ich persönlich aber nicht so schlimm finde. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, geht. Es liegt nur einmal. Gut. Oi, oi, oi. Was haben wir hier? Habe ich denn noch einen Nachnamen? Ne, ich habe keinen Nachnamen. Okay, dann gehen wir mal runter. Hallo, Hopp. Wow, was ist denn das für ein Beutel? Einen Größen hast du nicht gefunden, wa? Hehe. Aber wenn mein Bruder uns der extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ich finde es so schade, dass man ihn nicht wieder benennen kann. Das vermisse ich sowas von. Schau mal, ein Volli. Was machst du denn da? Es versucht zur London Ranch zu kommen. Eindeutig. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Also, außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokon dort ist nichts zu spaßen. W-, w-, w-wallie. Super, dass wieder ein Schaf dabei ist. Es ist großartig. Ich habe übrigens selber Amazon bestellt. Ich habe dadurch einen Code gekriegt. Ein Vorbestellerbonus. Damit kriege ich halt neue Klamotten und einen anderen Rucksack. Also einen anderen Lederriemenkoffer. Heißt es ja, glaube ich. Muss ich freischalten, weil ich glaube ich in einem der nächsten Parts... Ich habe den Codeinhalt. Molly, hey! Ihr Kleinen. Okay, kann man wieder ansprechen, aber sonst weiter nichts. Ich fand es cool, dass man in Sonne und Mond damit tanzen kann. Geht das hier nicht mehr? Scheinbar nicht. Ich bin... Okay, egal. Die Reaktion ist also wieder weg. Hey, hi! Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Popcorn tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ja, das ist glaube ich sogar der Technik-Spiel, der in jeder Generation irgendwie existiert. Und dann die beiden Vollis versperren so ein bisschen den Weg. Huhu, Tristan! Äh, hab wartet auf dich! Schau doch mal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Oh, das ist die Stadt. Okay. Äh, was sagst du nochmal? Achso, er sagt den selben Dialog, wie wenn ich ihn von vorne ansprechen würde. Na gut. Jetzt haben wir hier eine Garage, wo wir nicht rein können. Und einen kleinen Grill. Dieser hat schon gute Dienste geleistet. Er ist mit einem schmierigen Quetschisch überzogen. Und hier komme ich nicht rein. Ich muss also vorne rein. Was haben wir hier hinten noch? Ich will wissen, ob hier irgendwo Items rumliegen. Das wäre halt gut. Wobei wir ja schon drei Tränke haben. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Tristan ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Dillian? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und du und deine Unkel und Hopp. Aha, das ist so ein typischer Rivale. Geht mir jetzt schon um den Keks. Aber sein Zug sollte jede Minute am Warnhof von Bresbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Dillian hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich keine Sorge weniger, Hopp. Ach komm, du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmst du, Tristan? Wir wohnen direkt nebeneinander. Naja. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Bresbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Er ist ein typischer Rivale. So richtig, richtig Klischee. Und hier geht es wahrscheinlich nach draußen in den Garten. Auch er? Doch, hier geht es ja noch weiter. Oh, da ist ein Fililo. Hallo, kleines Kätzchen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Bilder von ihm. Und Medaillen wahrscheinlich von der Poker-Liga. Die sind sehr von ihm überzeugt. Hopp muss es sehr schwer in dieser Familie haben. Und das ist wahrscheinlich sein Vater. Auf diesem Fernseher läuft garantiert jedes Matches Shams. Bestimmt. Das ist bestimmt sein Opa. Hopp ist ein großer Bruder, so etwas wie ein Superheld. Sehr großer Dialog, finde ich. So, sonst ist hier aber nichts alles klar. Gehen wir mal nach oben. Was wir denn da haben? Wahrscheinlich das Zimmer von dem Rivalen. Und seine Omi wahrscheinlich. Die Linie ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte er sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeholt sein. Hm. Was haben wir denn da hinten? Das sind ganz normale Blumen, nicht? Und wahrscheinlich irgendwelche Kurzwecke, die vielleicht so Regionen in dieser Welt darstellen. Wir haben ja schon, das habe ich eben gesehen. Hier, X-Menü, Karte. Wenn wir hier oben gucken. Äh, bei der Liga wahrscheinlich. Also hier oben in diesem Gebiet hier. Das wird die Liga irgendwie sein. Ähm. Haben wir hier... Wo war es denn? Ich habe das doch vorhin gesehen. Äh. Hier. Hier haben wir so einen Riesengrad. Ich denke mal, das sollte das Bild in unserem Zimmer auch darstellen. Äh. Kann sein. Ich bin gespannt. Okay, das ist definitiv, das... Gar nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Was ist das denn? Ist das Fußball? Pokémon? Es sieht so aus wie Fußball, finde ich. Es könnte Fußball oder Handball oder sowas sein. Und hier ist ein Käppi-Sammler. Das ist auf jeden Fall... Wird der... Wird der Bruder sein. Das sieht nach einer beeindruckenden Sammlung an Karten aus. Ja, das stimmt wohl. Das sind wirklich viele. Und hier haben wir ein bisschen Eintrittsgehlter, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon könnt ihr es bestimmt auch nutzen. Ja. Cool. Gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich muss die ganze Zeit achten, wie weit Zelda gerennert ist, weil ich erinnere ja nebenbei. Ich wollte das eigentlich aufnehmen, nachdem ich das Ganze fertig habe. Also wahrscheinlich den ersten Part von Pokémon habe. Aber so bin ich gerade schon sehr lange dabei. Weil es ist ein sehr langer Part, der am Sonntag kommen wird. Ähm. Ja. Eine Stunde dauert der in etwa. Also Startler, dann los! Aber pass auf, dass du dem Hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilder Pokern rum. Ich hab mir zum Glück beim Volley, falls mich eines der will den Pokern angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokern hast. Also bleib weg vom Hohen Gras. Achso, ich darf nur wieder runterrennen. Die Route wirkt ein bisschen wie die in X und Y, die erste, die man irgendwie nachguckt. Route 1. Ja, ist okay. Ich will da ins Gras rein. Wenn du kein Pokern reierst, hättest du lieblich dir. Oh. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Okay, da kommen wir nicht rüber. Aber ich fände auch schon in den Trailern, dass die Regierung sehr schön aussieht. Ich mag das ja gerne. Und da ist noch mehr Gras. Okay, da darf ich immer noch nicht lang. Mann. Okay, was haben wir denn hier hinten? Bresbury. Ach, er ist schon da, der Bruder. Der Bruder ist schon da. Ich mag ihn hier bloß nicht. Total unsubatisch, der Kerl. Hallo, Bresbury. Euer Champion Dillian ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist wirklich. Dillian ist hier. Du und dein Gloriker seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr euch auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Körper rausfallen, um mir meinen Titel streich zu machen. Na klar, ist eure Ansache. Der ist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Gloriker werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Gloriker ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben hier eine ganze eigene Stärke. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer da las einander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Gorak! Nein, du sprichst nicht so. Tut mir leid. Hey, Bruderherz! Ah, Hopp! Na, Hopp, Hopp! Tut mir leid, er muss sich das bringen. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden? Das sind gut drei Zentimeter mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber es wundert mich hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar auch? Jetzt flittert der auch noch mit mir. Ist es denn wahr? Äh, halt sagt nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Rissam sein. Ich bin Dillian, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Dillian, den unschlagbaren. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich also immer ein riesiger Glurak-Fan wie so 90% der ersten Gen-Spieler. Genug Quatsch, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ehembürgigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt aber helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Er hat sich Sticker aufgelöst. So, oder sind das alle Sponsoren? So, freundlich, was meint ihr? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's chat time! Der ist so ein Kotzbron. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Champ gesehen, der so ein Kotzbron ist in der Pokernwelt. Ich hasse ihn. Ich hasse beide. Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm ist das. Na gut. Jetzt spannen wir uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Oh, wir kriegen die Pokern, glaube ich, von ihm, oder was? Keine Ahnung, siehst du, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Hm. Hm. Okay. Also wir kriegen jetzt wahrscheinlich die Pokémon von ihm. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Ich bin stark dafür, den Affen zu nehmen. Witzigerweise. Witzigerweise. Wow. Okay. Wow. 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 Ja. Genau. Wie so? Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Und für welches Poker entscheidet ihr euch? Oh, das war Gesichtsausdruck. Es war nicht wie der Botox-Muscle-Man. Wie in Sonne und Mond. Hm, wer geht zuerst? Ich hab ja schon meinen Volley. Oha. Okay. Okay, ähm, ich bin stark für den Affen tatsächlich. Ich mag einfach von den Entwicklungen. Ich hab mich tatsächlich jetzt mal spoilern lassen, was das angeht. Ähm, ich hab, bin nicht ganz zufrieden mit den anderen beiden. Der eine sieht für mich aus wie ein Fußballspieler, wenn er voll entwickelt ist. Und das, also ich wollte erst mal die Kaulquopper haben, aber ich fand, ich find die Entwicklung einfach nicht hübsch. Der, der Affe sagt mir am Ende dann doch ein bisschen mehr zu. Ähm, deswegen werde ich mich tatsächlich für den kleinen Affen entscheiden. Für Schimp-Pep. Ja. Schimp-Pep vom Fliebpflanzer strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzenpokon Schimp-Pep? Ja, nämlich, bitte. Gib's mir her. Du hast dich für Schimp-Pep entschieden. Möchtest du Schimp-Pep? Na, erstmal nicht. Ähm, gucken wir mal, ob ich das irgendwann nochmal nachhole. Jawoll! Geil. Das war die klassische Pukon-Musik. Ah, du hast dir also Schimp-Pep ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Memeon. Du bist ab sofort mein Partner. Er nimmt das schlechter? Seit wann? Ist das Spiel jetzt noch leichter geworden? Wir werden uns mal bringen, so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der beste Schimp-Pep werden. Oder der nächste Schimp-Pep werden. Naja, beides. Das hab ich mir schon gedacht hab. Deshalb hab ich nicht nur dir, sondern auch Tristan ein Pukon geschenkt. So könnt ihr miteinander Wette erfahren. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Ich will dir sowas von den Arsch treten. Blöd, Mann. Oh, du kommst mit mir, kleines Pukon. Du und Lorak werden hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Oh. So, jetzt wird's aber erstmal gegessen für eure Pukon. Ist natürlich auch gesagt. Oh, ich hab'n Schimp-Pep. Okay, der Grill stand da nicht nur einfach so. Wurden gerade mal ein Pukon geheult? Oh, das ist ein Tiri-Äh, der Tiri-Ähm... Windspiel. Am nächsten Tag. Gib zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wachgeblieben, um mit deinem neuen Pukon zu spielen. Stimm's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Tristan und Schimp-Pep haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegen sein Vertrauen ist das A und O für den Trainer und seine Pokémon. Behalte immer den Glauben aneinander. Gebt ihn auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nun, nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Also, äh, hallo. Was schaust du ihnen denn dabei an? Wenn ihr jemand dein Rivale wird, dann will ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute ist es interessant, nicht Rivalen. Im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Na, jetzt sind wir wahrscheinlich die Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokor nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokor trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr alles verdient? Habt euch was schlechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht sie aus? Bist du bereit für deinen ersten richtigen Pokerkampf deines Lebens? Klar. Glaubt an eure Pokor und schießt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe haben... So manche machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. So. Okay, das war der direkten Battle. Seid ihr und eure Pokern bereit für den Kampf? Dann lasst euch es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bullers gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften von Büchern, die erinnern. Und sein Zimmer hat innen auswendig auch die Tittenhefte. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Okay, auf geht's. Spannend. Erster Kampf. Poker-Trainer hat vor Ort dich hier raus. Uiuiui. Alles klar. Okay, er hat tatsächlich zwei. Ich hatte tatsächlich die Vermutung, dass er zwei haben wird. Weil er hat ja immer wieder angemerkt, dass Voll wieder auch der ist. Auf den Pokerkampf hier. Ich habe schon zwei Pokémon. Da hätten sie lieber die Animation weglassen können, ehrlich gesagt. So, ich bin mal gespannt. Katze. Oh, dieses ist so knuffig. Ich mag es sehr gerne. Es ist wahrscheinlich aber so dieses typische Pizzer und sowas. Fällt mir gerade so ein. Schön, dass es mir jetzt erst auffällt. Die ganzen Trailer, ich habe das ja schon öfter ausgesehen. Aber. Ja, schön, dass mir hier die Kamera oben so viel Freiraum lässt. Finde ich sehr gut. Ich musste ja lange Zeit überlegen, wo ich meine. Okay, jetzt hat sich das wieder. Ich weiß auch nicht, wo ich die hinpacke. Zeigstuhl. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Signature-Anforderungs-Move. Nicht zu schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Und das wird wahrscheinlich die Pflanzertrack sein. Können wir drauf hätten. Hallo, Man-Meon. Ja, es ist eine Pflanzertrack. Klaps? Ah, okay. Keine Ahnung, was das für eine Attacke ist. Ich mache auf jeden Fall meinen kleinen Zweig hier. Weißt du etwas schon Bescheid über die Stärkenschwächen der Poker-Typen? Ja. Bitte lass mich einfach spielen. Ähm. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber diese Typ-Schwäche ist scheinbar weg. Die wir in Sordermundach hatten. Wo das angezeigt wurde, was gegen was schwach ist. Was gegen was stark ist. Scheint weg zu sein. Hey, noch ein Level ab. Jawohl. Ich hatte zwei Poker dabei und habe trotzdem verloren. Du und Schimpep seid echt klar. Krass, Mann. Hm. Ja, das stimmt. Oh, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Poker geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um meinen Haar hätte ich glücklich rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Poker waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast jetzt echt alle Interessen. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du hops, Rivalen wirst, damit ihr miteinander wachst und gemeinsam stärker werdet. Ich will noch viel stärker, viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für deinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also eine Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuerst mehr Wissen über Poker aneignen. Vor allem Blutriss dann. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokerdex. Ein Pokerdex wird euch helfen, die Stärken und Schwächern der Poker zu verstehen. So gesehen ist ein Pokerdex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokern gefüllt. Versteht ihr? Und wenn mein Bruder sagt, dass er echte Trainer sowas braucht, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokerdex-Labor vorbei, um deinen Pokerdex abzugreifen, Tristan. Ich mache deinen Intersismus, Hopp. Okay, ich sage den Professoren Bescheid, dass ihr kommt. Wir haben wieder eine Professoren. Alles klar. Mein Traum ist es, der nächste Chef zu werden. Den Pokerdex kriege ich mit Links voll vollständig. Man wird sich noch lange an meine Taten erinnern. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du sollst auch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokerdex holen gehen. Ja, das machen wir auch gleich. Ja, Leute, aber das wäre es für heute gewesen. Das wäre der erste Part. Ich finde den Einstieg gar nicht mal so schlecht bisher und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr es euch getan habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Oder den Malik-Locker zu aktivieren, wenn ihr es schon habt. Weil dann seht ihr nämlich die Videos immer relativ zügig. Ja, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. Freut mich immer. Ich gehe meistens auch auf die Kommentare ein. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank für's dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.